Spürst du das? Der Wind fährt leise. Laute Maschinen und Hektik stören ihn nicht. Lass uns ne Weile noch, wie er sein. Richtungslos und größenwahnsinnig. Wir werden schon sehen. Denn der Tag wird noch kommen. An dem wir zwei nur noch geradeaus wollen. Wenn Alternativen nicht mehr zählen. Doch dieser Tag ist heute noch nicht. Steig, steig, steig noch einmal mit mir um. Bevor es zuerst wird, die Türen schließen uns. Und wir hier nicht mehr rauskommen. Steig, steig, steig noch einmal mit mir um. Bevor es zuerst wird, jemand die Karten kontrolliert. Ich hab, ich hab die Tickets schon besorgt. Kurzstrecke für uns beide. Die Nächste müssen wir raus. Spürst du das? Alles nach Plan. Die Züge fahren heute viel zu pünktlich ab. Wenn's nach mir geht, steigen wir direkt aus hier. Und laufen die letzten tausend Kilometer einfach zu Fuß. Denn der Tag wird noch kommen, an dem wir zwei nur noch geradeaus wollen. Wenn Alternativen nicht mehr zählen. Doch dieser Tag ist heute noch nicht. Steig, steig, steig noch einmal mit mir um. Bevor es zuerst wird, die Türen schließen uns. Und wir hier nicht mehr rauskommen. Steig, steig, steig noch einmal mit mir um. Bevor es zuerst wird, jemand die Karten kontrolliert. Ich hab, ich hab die Tickets schon besorgt. Kurzstrecke für uns beide. Steig, steig, steig noch einmal mit mir um. Bevor es zuerst wird, die Türen schließen uns. Und wir hier nicht mehr rauskommen. Steig, steig, steig noch einmal mit mir um. Bevor es zuerst wird, jemand die Karten kontrolliert. Ich hab, ich hab die Tickets schon besorgt. Kurzstrecke für uns beide.